und herzlich willkommen zurück zwei weiteren folge ats oder wenig so weil gerade der folge schaffen wir die mission aber ich glaube nicht weil wir haben noch weit über 400 kilometer vor uns meilen das wird also noch ein bisschen dauern wir haben schon 66.000 haben wir irgendwelche einkommen bekommen also wir waren gepennt dann wahrscheinlich darauf geachtet da waren wieder ein paar mitarbeiter fleißig und es pisst auf allen wolken auflieger fahrer fahrer manager danke immer noch ein level 1 bei fährt fahrer und die haben auch noch kein profit gemacht what the fuck fahrten buch sieht schlecht aus fahrten buch sieht auch schlecht aus das sieht sehr schlecht aus bei dir gewinne 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 sehr schön wobei die jetzt auch nicht viel besser aussehen ich meine er hat level oder bewertung 1,7 mit gerade mal 3000 pro tag und er hier mit level oder bewertung 5 hat auch nur 3000 also weil sie hat doch ja wahrscheinlich weil sie als bisher wirklich nur fernfahrer haben und die knete ja wirklich erst dann kommt so wie hier bei den beiden hier oben wieder noch andere spezialisierungen dazukommen 4000, 6000, fast 5000, fast 6000 das ist dann schon ein bisschen mehr da klingelt es schon ordentlich in der kasse brauchen wir auch so wie die spritpreise gerade ansteigen ich frage mich wenn der erste patch fürs spiel raus kommt dass auch in dem spiel die spritpreise ansteigen ich würde so lachen so okidoki lach nicht so weil ich todernst ok ruhe pause die hat noch gerade schon wir müssen losfahren ja schon draußen und dann machen wir ja let's go echt geile atmosphäre es pisst es ist dunkel es gewittert sogar ein bisschen sehr geil es wird sogar ein bisschen neblig oder es wird neblig welkom to amerika bittschüss wow dachte schon das schaffen wir nicht wow da fack na je bitte ich bin auf der fähre hier lässt er mich vor ich bin auf der fähre hier alles da sehr geil jetzt muss ich aber auch ein bisschen lauter reden oder ich hab mir ein mikrofon so wir fahren mal nur 60 da ja bei dem regen die farbe ein bisschen rutschiger ist ich mein wir haben zwar hier die übelsten trekking reifen drauf aber sieht schon geil aus vor allem jetzt auch richtig mit diesem morgennebel ne ist ja gerade am hell werden ja sieht schon geil aus oh und ne baustelle vor uns in der dupi dupi ja 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 jr ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020